Der dreiteilige Ergotork Zangensatz besteht aus einem Seitenschneider in 160 mm Länge, aus einer Kombizange in 180 mm Länge und einer Spitzzange in 200 mm Länge. Die Zangen der Ergotork Serie sind mit zwei Komponentengriff ausgestattet, das heißt ein ermüdungsfreies und rutschhemmendes Arbeiten ist gewährleistet, zudem sind alle Klingen induktiv gehärtet.